Das Wetter in Gladbach ist schwer, wie wird es dem Team mit dem Abgang seines Kapitäns ergehen? Finde es in diesem Video heraus, aber abonniere zuerst unseren Kanal und bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten von Borussia Gladbach. Die Trainingswoche von Borussia Mönchengladbach begann am Mittwoch, dem 12. April 2023, etwas melancholisch. Kapitän Lars Stindl, 34, hatte kurz zuvor verkündet, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und in seine Heimat zurückkehren werde. Kein Wunder, dass seine Mannschaftskollegen und Trainer Daniel Fahke, 46, vor dem nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, dem 15. April 2023, um 18.30 Uhr, etwas emotionaler waren als sonst. Gladbach-Helifaui hat ihre Reaktionen zusammengefasst. Stindl und seine Gladbach-Kollegen starteten mit einer emotionalen Eröffnung in die neue Trainingswoche. Der Start in die neue Trainingswoche von Borussia Mönchengladbach war emotional. Kapitän Lars Stindl wird die Fohlen im Sommer nach acht Jahren verlassen und mit seiner Familie in seine badische Heimat zurückkehren. Das teilten Spieler und Verein am Mittwoch, dem 12. April, mit. Kein Wunder also, dass die einzige Frage nach der ersten Einheit der neuen Woche lautete, wie haben Mannschaft und Trainer auf Stindls Entscheidung reagiert? Wie dem auch sei, der 34-Jährige verriet, dass die vergangenen Tage nicht leicht für ihn waren. Natürlich war es in den letzten ein, zwei Tagen für mich etwas emotionaler, wenn man jemandem erzählt, mit dem man hier lange zusammengespielt oder zusammengearbeitet hat. Es gibt viele Leute im Verein, die länger hier sind als ich, mit denen man viel Zeit verbracht hat, sagte der Spieler. Doch wie haben Stindls Mannschaftskollegen auf die Nachricht seines bevorstehenden Abschieds reagiert? Stindl betont, natürlich hätte der ein oder andere sich gewünscht, dass ich noch ein Jahr bleibe, aber insgesamt haben die Jungs die Entscheidung respektiert und waren sehr positiv. Viele haben seine Entscheidung und die Beweggründe, die ihn dazu bewogen haben, den Verein nach acht Jahren zu verlassen, nachvollziehen können. Ich habe das Gefühl, ohne dass jetzt alle direkt sagen, dass sie es toll finden, dass viele auch froh für mich sind, sagte der Gladbach-Kapitän. Laut Stindl soll sein Sommerabgang vorerst in den Hintergrund treten. Stattdessen soll die sportliche Situation wieder in den Vordergrund rücken. Und wie bewertet Trainer Daniel Farke den bevorstehenden Abgang seines Leistungstraggers? Auf die Frage angesprochen sagte der 46-Jährige, nach dem Training ist es noch schwer, die richtigen Worte zu finden. Natürlich ist Lars eine Schlüsselperson. Als die Entscheidung getroffen wurde, war es für mich auch emotional, weil ich mich in die Situation hineinversetzen kann und das wird umso mehr, je näher der Abschied rückt. Wir haben glücklicherweise noch genug Spiele mit ihm und werden versuchen, sie so erfolgreich wie möglich zu gestalten, um ihm einen würdigen Abschied zu geben.